So, wir gehen heute mal die ganzen Settings durch. Ich habe alles auf Englisch aber ihr findet die gleichen Sachen auch da wo es deutsch ist, an der gleichen Stelle. Soja, Maus, Aim Sensitivity, da habe ich aktuell 1,7 das entspricht ungefähr 33 cm pro 360 Grad. Ihr müsst eure eigene Sensitivity finden. Das kann man nicht vorhersagen, probiert da einfach rum. Dann als nächstes habe ich hier Soldier Sprint eingestellt auf Toggle. Das ist standardmäßig auf Hold. Das heißt, wenn ihr die Shift-Taste gedrückt haltet, dann rennt ihr schneller. Wenn ihr die loslasst, lauft ihr langsam. Ich habe das auf Toggle umgestellt. Das heißt, ich tippe die nur einmal an, die Shift-Taste und renne die ganze Zeit. Bis ich eine andere Taste drücke, dann hält der an. Das ist einfach angenehmer für mich, für einen kleinen Finger auch, dass ich die ganze Zeit den kleinen Finger runterdrücken muss, weil ich eh viel sprinte. Double Tap Forward to Sprint. Nutze ich nicht, habe ich aus. Ist auch standardmäßig aus. Double Tap to Sprint Slide. Ganz wichtig für die, die immer ein bisschen Probleme haben mit dem Sliden. Standardmäßig steht das auf An. Ich habe das auf aus. Das heißt, ich drücke die Taste nur einmal an und kann direkt Sliden, ohne dass ich, wie wild, auf meiner Duckentaste rumdrücken muss, bis ich endlich slide. Spart euch also auch ein paar Klicks und ihr seid schneller. Soldier Weapon Zoom. Hold habe ich da. Das ist ganz normaler Standard. Kann man auch umstellen auf Toggle. Das heißt, wenn die rechte Maustaste festhalten wollt, aber lieber festhalten wollt oder die nur einmal antippen wollt. So ähnlich wie das hier oben. Nur eben fürs Aim. Steady Scope. Das ist, wenn ihr ein Snipergewehr zum Beispiel habt und dann Luft anhalten wollt. Das ist dann auch hier. Könnt ihr auch auf Umstellen auf Toggle, aber ich würde hier Hold nutzen. Request Skip Revive. Standardmäßig steht das auf Hold. Das heißt, ihr müsst die linke Maustaste gedrückt halten. Ich fand das irgendwann sehr nervig, dass ich diese linke Maustaste immer gedrückt halten muss, um nach Revive zu fragen oder durchzuskippen. Ich habe das auf Toggle umgestellt. Geht schneller und entlastet auch die Finger. Soldier Leaning. Das habe ich auch auf Toggle. Das bedeutet, das ist das Lehnen links und rechts. Das habe ich bei mir auch auf U und auf E gestellt. Links und rechts, ja. Also ich drücke E einmal an und er lehnt sich nach rechts und ich drücke U einmal an und er lehnt sich nach links. Vehicle Maus Aim Sensitivity. Ja, ist bei mir das gleiche. Also es ist die Geschwindigkeit in den Fahrzeugen mit dem Aim. 1,7 Prozent aktuell hier. Vehicle Weapon Zoom. Standardmäßig ist es auch auf Hold, wie beim Soldaten quasi. Rechte Maustaste gedrückt halten, um anzuvisieren. Ich habe irgendwie, ich finde, ich komme damit besser zurecht mit Eimer antippen und reinzoomen. Finde ich irgendwie auch angenehmer, gerade wenn man jetzt mit dem Tank irgendwie snipet, sage ich jetzt mal auf Entfernung, dann macht sich das hier besonders gut, wenn man nur einmal antippen muss und kann dann entspannt aimen. Advanced. So, hier kommen wir zu dem ersten Punkt. Uniform Soldier Aiming. Ich nutze Uniform Soldier Aiming. Das bedeutet, wenn ihr anvisiert, ist die Geschwindigkeit die gleiche, also im Zoom ist die Geschwindigkeit die gleiche, wie wenn, wie normal aus dem Hip, aus der Hüfte raus, wenn ihr euch nur umschaut. Das ist eine Gewöhnungssache. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Ich habe es, ich habe mich daran gewöhnt, dass ich immer eine konsistent gleiche Geschwindigkeit habe. Ähm, soll wohl auch besser fürs Muscle Memory sein. Keine Ahnung. Ich hatte vorher, habe ich, ähm, mit der Hälfte gespielt, also ich habe die halbe Sensitivity gehabt von dem, was, was eingestellt ist, ähm, sozusagen langsamer. Mittlerweile, wie gesagt, die Uniform Soldier Aiming und Coefficient 0% soll wohl irgendwie mathematisch das Beste sein. Es gibt auch Leute, die sagen 133% äh, oder 187%. Äh, da müsst ihr mal rumprobieren. Ich habe es auf 0, ich komme damit gut klar. Es fühlt sich alles top an. So, Uniform Vehicle Aiming könnte man jetzt auch noch anschalten, aber ich habe gemerkt, wenn ich das anschalte, dann, ähm, ist das extrem schnell irgendwie. Damit bin ich nicht klar gekommen im Zoom. Raw Mouse Input, immer an. Ganz wichtig. Und der Rest sind Controller-Einstellungen, die, ja, interessieren eigentlich nicht. Gameplay. Show Hut. Alles klar. An. Hut Motion, äh, ist aus bei mir. Das nervt mich, wenn das Hut die ganze Zeit rumwackelt, wenn man läuft oder springt oder irgendwo runterspringt, dann wackelt das so. Mag ich nicht. Ich habe es aus. Ich will meine, ich will meine Minimaps sehen und nicht, äh, da haben mit den Augen mich erst justieren müssen. Äh, Player-Created-Content. Ja, Show, keine Ahnung. Man sieht sowieso kein Player-Created-Content, soweit ich weiß. Höchstens mal die Embleme irgendwo oder sowas. Chatlog, wenn active. Ja. Kann man einstellen, wie man will. Inventory. Das ist, äh, etwas, das ist standardmäßig auf when active. Das heißt, das ist rechts diese, zeigt euch an, welche Waffen ihr habt, wie viel Munition ihr noch habt, wie viel Granaten ihr habt und so weiter und so fort. Ich habe das auf Show, das heißt, es ist immer eingeblendet, damit ich die Information immer zur Hand habe und nicht erst die Waffe wechseln muss, um zu gucken, wie viel Granaten ich noch habe. Deswegen, ich brauche das, brauche die Information. Killlog ist an. Standardmäßig ist das, glaube ich, sogar aus. Total dumm, warum auch immer. Killlog, Filter, habe ich alles. Man kann das hier auch auf Nier beistellen. Dann würden im Prinzip nur die Kills angezeigt, die bei euch in der Nähe sind, in einem bestimmten Radius. Könnte im Prinzip einen Vorteil bringen. Dann wisst ihr zumindest, dass Gegner in der Nähe sind. Wenn ihr oben in den Killfeed guckt. Allerdings auf dem PC habt ihr das Problem, dass es viele Cheater gibt und deswegen möchte ich den Killfeed alle Kills sehen und wenn da einer 10, 20 Headshots hintereinander macht, kann ich das sehen und den Server verlassen. Killlog, Weapon, ich habe hier Icon und Name. Ja, kann man machen, wie man will. Manche haben es nur auf Name, manche haben es nur auf Icon. Das ist Geschmackssache. Stell es ein, wie ihr es wollt. Ich habe Icon und Name. Scorelog, Weapon Name, habe ich aus. Ich hatte es mal eine Zeit lang immer angehabt. Das ist quasi unten, wenn ihr einen Kill macht, steht dann unten auch noch eure Waffe. Ich fand es nicht so hilfreich irgendwie. Da steht ja oben auch schon ein Killfeed drin. Welche Waffe man hat. Und man weiß ja, welche Waffe man hat. Also, wozu brauche ich das? Unnötiger Müll, der da steht, habe ich rausgenommen. Genauso wie die Awards sind bei mir aus. Unnötiges Zeug, was auf dem Monitor aufblinkt und mich ablenkt, habe ich aus. Genauso die Critical Messages aus. Will ich alles nicht sehen. Was ich hingegen sehen will, ist Vehicle Seed Info. Damit wird euch angezeigt, wie viele und wer bei euch im Fahrzeug drin sitzt, sozusagen. Dann, was haben wir noch? Share Usage Data. Ich glaube, das muss an sein, wenn ihr den Battlefield Tracker nutzen wollt, soweit ich weiß. Kann mich jetzt auch enttäuschen. Overlay Shadow Strength. Weiß gar nicht, wie hier der Standardwert ist. Ich habe es auch 40. Loadout Mirroring. Das habe ich an. Macht es einfacher, dass die Einstellungen, die ihr bei euren Klassen einstellt, übernommen werden. Wenn ihr das ausmacht, habt ihr für jeden wie jede Fraktion quasi ein eigenes Loadout. Könnte interessant sein für die Leute, die so fraktionsspezifische Waffen spielen. Ich mache das nicht. Ich spiele alles kreuzter quer, deswegen. Cross Air Visibility 100%. Ich will mein Fadenkreuz immer sehen. Cross Air Color. Nehmt ihr irgendwas Helles, was raussticht? Ich habe hier so ein 2042 Blau. Ist das so ein ganz helles? Ich komme damit gut zurecht. Das ist schön hell. Es leuchtet. Perfekt. Die gleiche Farbe habe ich auch hier bei dem Reflex Snyder Side und bei dem Letty Side. Das sind quasi diese Visiere, die ihr habt. Immer die gleiche Farbe. Ach so. Guter Tipp. Wenn ihr irgendwelche Farben habt, RGB-Werte habt aus dem Internet, was auch immer, wo ihr sagt, die Farbe will ich haben, dann könnt ihr hier reinklicken in die Zahlen. Ich weiß nicht, ob das einige wissen. Und könnt dann mit den Pfeiltasten das verstellen. Somit könnt ihr dann ganz genau die Werte einstellen, die ihr wollt. Wenn ihr da irgendwie zum Beispiel eine Farbpalette habt, die euch gefällt und ihr pickt die Color, dann habt ihr meistens die RGB-Werte und dann könnt ihr die RGB-Werte hier einstellen. Müsst ihr halt immer hier so draufklicken und dann mit den Pfeiltasten hoch und runter. Hit-Indicator Visibility, die Sichtbarkeit des Hit-Indicators habe ich auf 75%. Ja, muss man nicht so super dolle sehen, finde ich. Kann man aber auch auf 100 machen, wie man das gerne möchte. Maxere Hit-Color, weiß ich gar nicht, was das hier für eine, das ist die gleiche helle Farbe. Das ist quasi der Hit-Indicator Headshot, so ein Rot. Quasi, wenn ich in einem Gunfight bin und ich sehe, dass ich auf den auf den Schieße und ich mache zwischendurch einen Headshot, dann weiß ich, der ist low und kann ihn halt pushen. Deshalb nehmt ihr auch irgendwas, was irgendwie auffällt und bei Killfarbe genauso irgendwas, was auffällt. Für mich macht es am meisten Sinn, hier grün zu nehmen. Wenn ich das grün sehe, weiß ich, der Typ ist tot und ich kann zum nächsten Gegner wechseln. So, Damage-Based Shape, ja, das ist quasi auch von den Hit-Indicatoren auf den Gegner, je nachdem, wie viel ihr Schaden macht, desto größer oder kleiner wird, glaube ich, der Hit-Indicator oder zumindest ändert er die Form. Kann helfen. Hier geht es um die Minimap. Die möchte ich, dass sie sich dreht, das ist Standard. Hier würde ich euch auch empfehlen, zumindest On-Foot-Zoom-Radius hier ein bisschen höher zu gehen. Ich habe zum Beispiel hier 150 eingestellt, weil ich glaube, standardmäßig hast du hier irgendwie 25 Meter oder sowas. Das heißt, das ist der Ausschnitt auf der Minimap, den ihr seht. Ihr könnt da auch noch höher gehen. Müsst ihr mal schauen, wie euch das gefällt. Ich finde 150 ganz gut, aber andere finden auch eine 100 gut oder sowas. Müsst ihr mal schauen. Wichtig ist, dass man weiter weg sehen kann auf der Minimap und die Gegner sehen kann oder die Kreuze auf der Karte, wo die Leute gestorben sind. Minimaps heißt, ich habe die komplett volle Bude hochgejockelt. Heißt, größer geht es nicht. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Vielleicht reichen auch hier 130 oder so aus. Muss man ein bisschen rumschwingen. Ich würde es auf jeden Fall größer stellen, denn standardmäßig ist die irgendwie auf 100 oder so. Da ist die total kleine Minimap. Macht die ruhig ein bisschen größer. 130 ist glaube ich ein guter Wert. Ich habe es 150. Musst ihr mal gucken, wie euch das gefällt. Minimap ist ganz wichtig, um zu wissen, wo sind Gegner, wo kann ich hingehen, wo nicht und so weiter und so fort. Genau, hier sind die Icon Opacities. Das ist auch etwas, womit viele überhaupt nicht rumspielen. Das ist total wichtig eigentlich, finde ich. Um so ein bisschen auch das Bild aufzuräumen, damit man nicht so viel Clutter hat. Zum Beispiel Objective Icons, die habe ich runtergedreht. Ich weiß, wo die Objectives sind. Ich muss die nicht komplett hell sehen, wenn ich durch die Gegend laufe. Die verdecken bloß die Gegner, dass ich will Gegner sehen und keine Objective Icons. Also deswegen habe ich die weiter runtergestellt. Friendly Soldier Opacity, das ist quasi die Teammates. Die habe ich ungefähr auf 50 Prozent, dass ich sie so noch ein bisschen sehe, aber das auch nicht komplett auf 100. Gegner will ich immer sehen, also habe ich das auf 100. Gadget Icon Opacity, das betrifft zum Beispiel so Health Boxen oder Armor Boxen, aber auch Granaten. Das ist das Entscheidende. Wenn Granaten auf euch geworfen werden, dann gehört das auch zu Gadget Opacity. Deswegen ist das so ein schwieriges Ding. Am liebsten würde ich das ziemlich weit runterdrehen, aber wenn ich es zu weit runterdrehe, sehe ich die Granaten nicht mehr. Und ich sterbe sowieso viel zu oft durch Granaten, deswegen findet da eine gute Balance. Ich habe es auf 35. Danger Ping Opacity ist das dieser Ping, den ihr macht, wenn ihr irgendwas pingt, einen Gegner pingt. Zum Beispiel habe ich ein Stückchen runtergedreht auf 75. So, beim ADS, das heißt anvisieren. Ich will so wenig wie möglich irgendwelchen Scheiß auf meinem Bildschirm haben. Ich will die Gegner sehen. Also habe ich die Objective Icons komplett auf 0 gedreht. Ich brauche nicht die Flagge sehen, wenn ich einen Gegner anvisiere. Die freundlichen, die Teammates, die muss ich auch nicht unbedingt volle Bude sehen. Das kann auch ein bisschen weniger sein. Also ich habe jetzt hier 30%. Gegner will ich immer sehen, also 100% macht eigentlich Sinn. und Gadget Icon Opacity ist auch wieder das, was da fällt mir gerade ein. Das könnt ihr mal nochmal verstellen. Vielleicht lieber so. Vielleicht habe ich mich hier auch mal verklickt, als ich das eingestellt habe. Genau, also beim Anvisieren eben, dass man die Gadgets auch nicht unbedingt so sehr doll sieht. Und einen Danger Ping habe ich jetzt auch auf 0 gedreht, weil den Ping sehe ich, wenn ich außen wie sie rausgehe und muss ich nicht sehen, wenn ich gerade auf den Gegner schieße. Advanced. Das hier ist ganz wichtig. Camera Shake Scale ist glaube ich am Standard irgendwie. Keine Ahnung, was Standard ist. Irgendwas hier in der Mitte oder so. Keine Ahnung. Dreht das runter. Der ganze Bildschirm wackelt, wenn ihr das auf Standard lasst. Dreht das auf 50 runter. Das ist wichtig. Soldier Auto Leaning habe ich aus. Das ist quasi dieses Rechts-Links-Lehnen, wenn ihr an der Kante von der Mauer steht. Das Problem an der Geschichte ist, wenn ihr euch links, rechts an der Mauer lehnt mit dieser Option. Das ist quasi, wenn ihr mit der rechten Maustaste drückt, anvisiert, dann lehnt er sich so automatisch, wenn das auf anstehen würde. Das Problem ist nur, euer Körper wird, guckt mehr vor aus der Ecke, als wenn ihr manuell lehnt. Also wenn ihr das automatische Lehnen nutzt, guckt euer Körper mehr um die Ecke und man kann euch eher abknallen, als wenn ihr das manuell macht. Deswegen habe ich das ausgeschaltet. Soldier Auto Peak Over, das ist quasi, wenn ihr hinter einem Objective, hinter einer Kante seid, hinter einer Mauer, hinter einem Objective, irgendwas, und dann rechte Maustaste drückt, dann guckt er so oben drüber. Das habe ich angemacht. Das ist manchmal ganz praktisch, dass ihr so aus der Deckung heraus schießen könnt. Parachute Auto Deployer, das kann man auch ausmachen. Das ist quasi, wenn der Fallschirm automatisch aufgeht. Wenn ihr aus dem Flugzeug springt, macht das ruhig aus. Context Base Order Giving ist, wenn ihr im Prinzip eine Flagge markieren wollt, als Squad Leader, dann reicht es, die Flagge zweimal zu spotten, also spotten, zweimal zu klicken, um die zu markieren. Kann man hier ausschalten, ist Geschmackssache. St. Chase Camera Roll, ich fliege nie, deswegen interessiert es mich nicht. Ich glaube, die guten Flieger machen das aus. Aber da ich nie fliege, interessiert es mich eigentlich. Das ist im Prinzip, dass die Kamera sich mitdreht oder nicht in einem Flugzeug. Character Lighting, wichtig, immer an. Das ist im Prinzip, das macht so einen leichten Schimmer um die Gegner und ihr seht die besser. Ist aber standardmäßig an, also sollte bei euch an sein, wenn nicht, haltet es an. Das betrifft, glaube ich, alles plus Controller, deswegen weiß ich nicht, warum das hier ist. Reload Hint habe ich an, aber ich glaube, Hint gucke ich da eh nicht. Ich gucke meistens immer auf mein Magazin. Hint System für Neulinge, für Noobs vielleicht interessant. Ich habe es ausgemacht, ich brauche es nicht. Network Performance Stats kann man sich anzeigen lassen. Da hat man dann hier unten so eine kleine Leiste, habt ihr vielleicht schon mal bei jemandem gesehen, da steht dann drin, ob ihr Packet Loss habt und sowas. Kann praktisch sein. Ich habe es aus. Network Performance Graph habe ich auch aus. Das ist dann so ein etwas größeres Viereck, was ihr dann hier habt. Könnt ihr alles mal testen, ich brauche das alles nicht. Aim Lead Indicator, ich habe noch nie einen Aim Lead Indicator in diesem Spiel gesehen. Keine Ahnung, wann der kommen soll, aber ich habe auch keine schlechte Verbindung. vielleicht braucht man den ersten Ping mit über 200 oder so, dass der kommt. Keine Ahnung. Audio. Volume habe ich auf 100% und das Spiel habe ich über den Lautstärke Mixer über Windows eingestellt. Music Volume habe ich aus, nervt mich bloß und ich will, das Problem ist, dass die Musik teilweise am Ende einer Runde und am Anfang einer Runde kommt und ich dann nicht mehr irgendwie höre, was passiert. Output, ich glaube, das ist das Beste. 3D Headphones. Ich hatte jetzt bloß mal ein paar Tage rumgespielt mit Stereo Headphones und ich sage mal so, man kann das beides nutzen. Es ist alles nicht besonders gut in dem Spiel. Ihr werdet trotzdem irgendwelche Footsteps nicht hören, weil, wie gesagt, das ist halt das Spiel. Ihr werdet die Steps von hinten teilweise einfach nicht hören. Passiert. Ist egal, was ihr hier einstellt. Aber 3D Headphones, soweit ich weiß, ist die beste Option. Hit Indicator Audio, das ist, wenn ihr jemanden killt, dann kriegt ihr so ein Pling. Das ist, ähm, Default, ist glaube ich, ähm, das Battlefield 1, von Battlefield 1 der Sound und Original ist von Battlefield 5 der Sound. Warum die das so dumm benannt haben, kann man auch ausschalten, wer es mag. ich hab's auf dem Battlefield 1 quasi Sound eingestellt. Irgendwie mag ich das aktuell. Ich hör das dann besser, wenn ich den Gegner killt hab. Announcer Language, äh, hab ich Englisch. Findet ihr aber auch, wenn ihr Bock habt, auf was anderes stellen. Da ich aber den Announcer eh ausgeschaltet habe, hör ich den sowieso nicht. Der Announcer ist quasi der, der immer sagt, ey, wir verlieren die Feinde greifen an und so'n Scheiß. Brauch ich nicht. Ich krieg das so mit. Ich seh das oben an der, du hast ja oben die, die Flaggen drin, brauch den Scheiß nicht. VoIP, Voice over IP, sollte klar sein. Hier kannst du noch die, ähm, Lautstärke einstellen. Ich hab das sehr weit runtergedreht, weil die Leute extrem laut sind, wenn sie VoIP nutzen und meine Ohren nicht explodieren sollen, deswegen hab ich's auf drei. Äh, Game Volume Reduction, auf jeden Fall aus. ähm, das bedeutet, das würde euch euren Sound, euren Game Sound leiser stellen, wenn jemand in-game über VoIP spricht. So, das ist, wollt ihr nicht. Video. So, ganz wichtig, immer Fullscreen. Immer. Ihr kriegt die beste Performance im Fullscreen Mode, nutzt Fullscreen. Fullscreen Device, euer Monitor, stellt euer Monitor ein, äh, hier stellt ihr eure Auflösung ein und, äh, wichtig auch die, die Hertz, also die höchste Wiederholfrequenz, stellt das hier so ein. Ich hab 180 Hertz Monitor, 1440, passt. Helligkeit hab ich ein Stück höher gestellt, auf 55, manche stellen's auch auf 60, 65, allzu hoch, würd ich's nicht gehen, also ich würd nicht höher als 65, 70 machen, weil das Spiel sonst sehr, sehr ausgewaschen aussieht und ihr Kontrast verliert. Das heißt, ihr seht nicht mehr richtig, wo die Gegner sind, ihr seht die Unterschiede nicht mehr zwischen Gegner und Wand. Deswegen, ich würd hier leicht erhöhen, weil's schon ein bisschen dunkel ist. Äh, Field of View, aktuell hab ich hier einen horizontalen Field of View von 105. Ich probier immer noch rum, äh, manchmal mit 110, 105, 110, also ein etwas höherer FOV. Das hier, was ihr hier einstellt, wo die 89 dran steht, ist der vertikale FOV. Ignoriert diese Zahl, guckt hier rechts, das ist diese, das ist quasi der FOV, wie in jedem anderen Spiel, wenn ihr zum Beispiel in Warzone einen FOV von 120 habt, dann könnt ihr gar nicht hier einstellen. 120, seht ihr das? Doch, könnt ihr schon. Weil der horizontale FOV 120 ist. Aber ihr müsst halt hier gucken, äh, rechts, hier rechts, das ist der richtige FOV. Ich seh immer viele Leute, die, äh, hauen das hier auf 105 hoch, und sagen dann, ich spiel mit FOV 105, ja, vertikal, aber das ist dann halt extremer Fisheye, und ihr seht die Gegner schlechter. Äh, ihr müsst hier ne Balance finden, was für euch am besten ist. Es gibt auch Leute, die spielen mit niedrigerem FOV, einfach, weil die Gegner besser zu sehen sind, allerdings, äh, verliert ihr dann halt peripher, äh, Sichtfeld, so. Vehicle, FOV, immer max, aus dem einfachen Grund, ihr seht mehr, was um euer Fahrzeug oder euer Flugzeug herum passiert. Vor allen Dingen im Tank extrem wichtig, ähm, wenn da irgendwelche Leute sich an euren Tank anschleichen, dann seht ihr die da damit. Wenn ihr das irgendwie so, so low habt, dann seht ihr die nicht. wichtige Einstellung, das ist eigentlich mit die wichtigste Einstellung in diesem Spiel, ADS Field of View an. Schaltet das auf an, ihr werdet es mir danken, ihr habt dadurch einfach weniger visuellen Recurl, ihr könnt den Recurl viel einfacher kontrollieren, auch mit höherem FOV. Diese beiden Optionen, ähm, wichtig. Motion Blur, ähm, natürlich immer aus, ich hab allerdings, ähm, eine Config, wo es Anti-Aliasing deaktiviert drin, wenn ihr die nutzen wollt, die verlinke ich euch dann unten in der Beschreibung, müsst ihr hier ein Prozent einstellen, wenn ihr das auf null oder höher habt, dann funktioniert die Config nicht, dann bleibt Anti-Aliasing an. Allerdings, es bringt euch, ähm, mehr Klarheit ins Bild, ihr könnt die Gegner besser sehen, es ist aber auch ein bisschen mehr Unruhe im Bild natürlich, weil die Kanten nicht geklettet werden. Ihr habt dadurch teilweise visuelle Bugs, ihr kennt das vielleicht auf Underground, dass alles so glänzend ist und so weiter, das liegt daran, dass Anti-Aliasing deaktiviert ist. Bringt aber auch Performance, ich nutze es und kam damit klar. ADS-Dorf-Effekt aus, das ist, wenn ihr anvisiert und euer Fadenkreuz wird dann verschwommen, wenn das auf ansteht. Wollen wir nicht. Custom Color Settings, das ist, äh, sehr gut versteckt. Normalerweise steht das nämlich auf aus. Deswegen, weil immer Leute fragen, äh, wie kannst du die Farbe ändern? Ja. Das ist, muss hier drauf gehen. Äh, und dann auf Custom, dann kannst du hier eigene Farben einstellen. Ich hab viel rumprobiert, jetzt bin ich wieder bei Tritanopia gelandet. Äh, alles sehr grelle Farben und sehr gut sichtbar. Schönes, knalliges Rot für die Gegner. Passt. V4 Optionen, alle aus. Bei Advanced, DirectX 12, mh, hab ich aus. Ich spiele auf DirectX 11. Anti-Aliasing könnt ihr nur auf DirectX 11 deaktivieren. Wenn ihr die Config nutzen wollt, dann müsst ihr DirectX 11, ähm, nutzen. Wenn ihr DirectX 12 nutzen wollt, könnt ihr das Anti-Aliasing nicht ausschalten. Und wenn ihr die Config nutzt, würde das Game damit crashen. Also, nutzt DirectX 11, es ist stabiler, äh, es läuft besser, meiner Meinung nach. High Dynamic Range aus, Resolution Scale 100, Frame Limiter, den Ingame Frame Limiter hier nutze ich nicht, nutze ein Command in der Config. Ähm, ich hab aktuell das Frame Limit ausgeschaltet, um die maximalen Frames zu haben. Ihr könnt aber auch, ähm, die Frames cappen mit dem Command. Ich zeige euch das dann nochmal in der Config. Future Frame Rendering an, Vertical Sync aus, UI Upscaling, ist, glaube ich, standardmäßig auf Auto. Ich hab's jetzt mal auf High gemacht, ich will das mal testen. GPU Memory Restriction aus, Hutscaling, ähm, ich weiß gar nicht, was da der Standardwert ist. Aber ich hab's ein Stück runter gedreht, das, ähm, damit könnt ihr die Größe von den Objekten auf dem HUD einstellen. Also Fadenkreuz, die, das MO und so weiter. Alles, was im HUD angezeigt wird, wird damit größer und kleiner, je höher oder niedriger ihr das einstellt. Graphics, alles auf Low. Alles auf Low. Bei dem Setting, das hab ich auf Ultra, weil hier steht, dass das irgendwas mit dem Sound, dass es auch Sounds betreffen kann und ich möchte, dass alle Sounds abgespielt werden. Ich möchte nicht, dass Sounds ausfallen, gerade keine Footsteps. deswegen hab ich das auf Ultra. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwelchen Unterschied hat. Mir steht, dass es die Performance beeinflusst. Muss man mal testen. Ich hab's noch nicht getestet, ähm, auf Low. So, das war's damit. Und Keybindings, ja, Keybindings, darauf geh ich eigentlich nicht weiter ein, weil da müsst ihr selber eure Keybinds finden. Achso, ja, für die Piloten ist vielleicht ganz entscheidend Pitch Up auf Space. Äh, da müsst ihr nicht so mit der Maus rumkurbeln, Leertaste gedrückt halten und ihr tret einen perfekten Looping. So, das ist so das Einzige, was ich noch hier beim Flugzeug eingeschaut habe. Ich flieg sowieso nicht, also, aber für die, die fliegen, ist das auf jeden Fall ein guter Tipp, das zu nutzen. So, das wär's erstmal. Also, damit sind wir durch mit den Settings. So, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu der UserConfig-Datei, die ich erstellt hab. Wenn ihr den Link aufruft, kommt ihr hier hin und dann klickt ihr oben auf diesen Button auf Herunterladen, weichert euch das Ganze auf den Desktop zum Beispiel und dann kopiert ihr die Datei in euren Battlefield-Installationsordner. Dieser ist standardmäßig unter C, Programme, Origin Games, Battlefield. So, da kopiert ihr euch die dann rein. Ich hab die Datei schon hier, die auch schon offen und sag euch jetzt noch ein paar Dinge dazu. Wichtig sind die ersten Commands, und zwar dieser hier, mit denen könnt ihr eure FPS cappen oder beziehungsweise einstellen. Stellt das zum Beispiel auf eure höchste Bildwiederholrate von eurem Monitor. Bei Linie sind das 180 Hertz, also zum Beispiel 180 Hertz kann ich hier einstellen, dann gehen die FPS nicht höher als 180 oder ihr lasst es auf 0, dann sind die Frames uncapped, das heißt, ihr habt so viele FPS wie eure Hardware schafft. Bei Windows Hide und VIV stellt ihr eure Bildschirmauflösung ein. Native Auflösung bei mir ist 1440p mal 2560. Das könnte bei euch zum Beispiel auch 1080 sein. Hier ist der Command, der das Anti-Aliasing ausschaltet. Wenn der auf 0 steht, schaltet der es aus, wenn er auf 1 steht, ist es an. Wichtig, der funktioniert nur unter DirectX 11. Also, wenn ihr DirectX 12 nutzen wollt, müsst ihr den auf 1 schalten. Ich habe euch das alles hier nochmal oben reingeschrieben, also das sollte selbsterklärend sein. Die anderen Commands sind hauptsächlich dafür da, um noch das letzte Quäntchen Performance rauszukitzeln. Es gibt hier noch ein paar Commands, wo ihr oben rechts dann eure FPS angezeigt bekommt. Damit könnt ihr noch gerne ein bisschen rumspielen. Wenn ihr das nicht haben wollt, haltet das hier auf 0. Ansonsten gibt es dazu nicht mehr viel zu sagen. Viel Spaß damit. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und liked, subscribed und schreibt einen Comment alle. Tschüss.